Einsatz für Wache 1 Brennt PKW auf Autobahn A66 Mehrere Personen eingeklemmt Ja, verstanden Oh Mann, eingeklemmte Personen Das Auto bret auch noch Ja, wenn alles gut läuft, sind wir in 5 Minuten da Ja, wenn Oh, guck mal hier, perfekt Link steht links, rechts steht rechts Mann, sogar Auf dem Standstreifen stehen sie, läuft Ja, siehst du Da geht das schon los Alter, ich glaub's nicht Nach rechts musst du rüber Oh Mann, manche Leute blicken's einfach nicht Geh zur Seite Mach Platz da, verdammt Sag mal, da vorne sitzt ja gar keiner drin Sag mal, ist der ausgestiegen? Geht der mit seinem Kötergassi? Sag mal, fahr sofort dein Auto zur Seite Das hier ist ne Rettungsgasse und kein Rettungsgassi Du Volleimer Sag mal, du weißt schon, dass du das gerade eben über Lautsprecher gesagt hast, oder? Ist mir doch egal Wo bleiben sie denn? Das Auto brennt Es qualmt überall Wir kommen hier nicht raus Bitte kommen Sie schnell Männer, braucht ihr noch lange? Die Lage ist echt verzweifelt vor Ort Ah, verstanden Wir tun unser Bestes Ich geh kaputt Jetzt sind wir fast da Alter, was soll jetzt die Scheiße? Sag mal, die pflücken da Blumen? Boah, das hab ich auch noch nicht gesehen, wa? Hey! Mann, du Penner Nimm deine Gönn von der Autobahn Wir müsst ihr durch Horst, lass's doch gut sein Hey, ihr könnt die Blumen Soll später aufs Krabb der Unfallopper packen Horst ist gut Ja, was denn? 30 Jahre bin ich ruhig geblieben Irgendwann hab ich mal die Faxen dicke Komm, jetzt läuft's Horst bleibt ganz ruhig, ja? Ich geb Gas Ah, schau mal Da vorne ist es Hilf mit Im Stau Rettungsgasse bilden Immer So geht's Langsam ans Stauende fahren Rettungsgasse bilden Und Radio leiser schalten Autos auf der linken Spur fahren nach links Autos auf der rechten Spur nach rechts Bei drei oder mehr Spuren fahren die auf der linken Spur nach links Und der Rest nach rechts Der Standstreifen darf laut deutscher Straßenverkehrsordnung eigentlich nicht befahren werden Viele Rettungskräfte empfehlen, ihn für die Rettungsgasse trotzdem zu nutzen Niemals das Auto verlassen Immer genug Abstand zum Vordermann halten Bereits bei stockendem Verkehr die Rettungsgasse bilden Bei zähfließendem Verkehr regelmäßig den Rückspiegel beobachten Und rechtzeitig die Rettungsgasse bilden Sodass die Rettungsfahrzeuge nicht abbremsen müssen Die Rettungsgasse bilden